Heute zeigen wir Ihnen, wie man unsere Messtechnik zur Durchführung einer Druckprüfung nach den aktuellen Vorgaben des Arbeitsblattes W400-2 anschließt. Wir haben hier eine Testleitung aus PE100, die wir anschließen mit dem Kontraktionsverfahren prüfen möchten. Hier ist unser Prüfkörper Hans mit allen erforderlichen Anschlüssen. Er lässt sich mit Hilfe eines Hakenschlüssels auf dem Prüfstandrohr befestigen. Der externe Drucksensor mit zum Beispiel 25 Bar Messbereich kann mit dem passenden Anschlussadapter auf der Schraubkupplung montiert werden. Zur digitalen Erfassung der Wassermenge bei einer Druckabfallprüfung wird ein EDS2V benutzt. Der Sensor wird in eine der großen Kupplungen gesteckt und verriegelt. Ein Ablassschlauch mit Durchmesser 16 mm kann zur sicheren Abführung des abgelassenen Wassers am EDS2V angeschlossen werden. Zur Dokumentation der Rohrleitungstemperatur verwenden wir einen Anlegefühler mit passender Genauigkeit. Alternativ kann bei bereits eingeerdeten Leitungen ein Erdspieß verwendet werden. Zur Kontrolle und aus Sicherheitsgründen wird ein Kontrollmanometer mit passendem Anzeigebereich am Prüfkörper angeschlossen. Zum Druckaufbau und zur Druckhaltung verwenden wir die MPP 3030. Der Druckschlauch ist bereits angeschlossen und die Pumpe ist luftfrei befüllt und gespült. Der Druckschlauch wird nun nur noch in die zweite große Kupplung des Prüfkörpers eingesteckt und verriegelt. Nun müssen wir nur noch die Sensoren mit dem Smart Memo verbinden. Das machen wir über Anschlusskabel der Länge 1 Meter oder 5 Meter und mit T-Verbindungsstücken. Die T-Stücke können entweder direkt am Smart Memo oder jeweils am Sensor angeschlossen werden. Hier gibt es keine vorgegebene Reihenfolge. Zuletzt muss nur noch das Smart Memo mit der MPP 3030 verbunden werden, damit beide Geräte miteinander kommunizieren können. Nur so können wir die Vorteile unserer Luftmengenbestimmung und der Fernsteuerung nutzen. Nun muss nur noch der EDS 2V gespült werden. Anschließend sind wir bereit für die Druckprüfung.